Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar. Ich grüße Sie ganz herzlich zum Freitag 9. September und wir wollen heute auf die älteste Währung der Welt schauen, nämlich den Goldpreis, den wir bei JFD Brokers im Übrigen nicht als CFD anbieten, sondern wie auch hier zum Beispiel in der Übersicht als XAUUSD, sozusagen als in Anführungszeichen Währungseinheit am internationalen Spotmarkt. XAUUS steht hier für Gold in US-Dollar gehandelt und ja, das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Brokern, die eben hier eigens aufgelegte CFD-Produkte, Inhouse-Produkte oder irgendwelche fadenscheinige Gegenobjekte sozusagen auflegen, die hier nichts mit der Realität zu tun haben und eben dann auch sozusagen genau das Vehikel an der Backe kleben haben, dass der Verlust des Kunden der Profit des Brokers ist. Das kann natürlich nicht sein, ist bei uns anders, wir haben den direkten Zugang zum Spotmarkt, deswegen XAUUSD hier der reale Spotpreis, der im Interbankenbereich auch real abgehandelt wird. Und was ist mit dem Goldpreis los? Der zeigt sich hier unlängst schwächer, nachdem er ja in der letzten Woche auch imposant nach oben drehte. Wir schauen mal erst auf den Wochenchart, da sehen wir die grundsätzlich positive Tendenz. Okay, wir haben hier nach wie vor ein Bias, der hier seit Anfang 2016 höchst höchst bullisch scheint und wenn wir uns ein Stück weit raus scrollen, dann ist der Weg noch ein weiter. Wir haben hier auch noch einige Widerstandslevel, einige markante Widerstandslevel vor uns, aber der Goldpreis hat den Startschuss sozusagen getätigt, um hier eine Erholungswelle einzuleiten. Das wissen auch alle, die hier diverse Goldminen halten, die haben sich hier vervielfacht im Sinne dessen, dass der Goldpreis sich erholt hat. Aber wir sehen auf Wochenbasis, dass der Markt hier durchaus in einem intakten Abwärtstrend derzeit steckt und dies seit mehreren Wochen. Das lässt sich unverblümt feststellen, unverblümt sagen und diesen Abwärtstrend kann man auch sozusagen hier in einen Trendkanal konvertieren und dann sehen wir im Prinzip hier eine abwärtsgerichtete Tendenz, die ja noch intakt ist. Und gerade diese Woche, das ist die aktuelle Wochenkerze, hat sich der Goldpreis hier am oberen Bereich den Kopf gestoßen und auf Tagesbasis sehen wir das noch ein Stück weit genauer, deswegen gehen wir direkt mal hier rein. Hier unlängst eine Analyse, auch, Sie können sich vielleicht erinnern, zuletzt zum Goldpreis, wo eben die Annahme die war, dass wir hier 1300 diese untere Trendlinie des Abwärtstrendkanals touchieren, einen Spike machen, vielleicht eben einen Dip unter 1300 und dann hier ab nach oben die Luzi. Und so war es auch, nur leid haben wir nicht, bei 1300 wäre denn hier zum Beispiel eine Limit-Order gesessen, kam die nicht zum Zug, aber man sieht, dass hier am 38er Level, da müssen wir uns mal ein Stück weit raus scrollen, und hier am Hochpunkt vom Januar 2015 die Preise, und das ist ein Support-Level, was man jetzt definitiv im Auge haben muss, bis sich die Preise bereits stabilisierten und eben hier dann nach oben auftreten. Und es kam, wie es kam, letztlich schaltete der Preis dann hier oben an dieser schrägen Trendlinie, Sie wissen, dass ich da ein Stück weit vorsichtig bin mit schrägen Trendlinien, aber hier Punktlandung, technisch perfekt innerhalb dieser Abwärtstrendlinie, die man sogar, oder innerhalb dieser Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals, die man sogar als bullische Flagge interpretieren könnte. Ja, wenn wir das mal so sehen, die ist zwar ein Stück weit zu lang schon, die Bewegung als solche, aber ich erlaube mir mal eine kleine Projektion an dieser Stelle, für den Fall, dass der Goldpreis rauszieht. Ja, und da würde ich jetzt auch gerade als sozusagen Signal, Kaufsignal, die Zone ansehen, wenn wir hier das letzte Hoch dieser laufenden Handelswoche hier vom 6.9. rausnehmen, und das wären dann Preise über 1.352, 1.355. Wenn wir da rausgehen, hätten wir im Prinzip diese Abwärtstrendstruktur, diese Abwärtstrendkanalstruktur gebrochen und hier rein von der Projektion wäre dann sozusagen ein ähnlicher Schub zu erwarten, wie denn der, der hier vor dieser Konsolidierungsbewegung, mehr ist es aktuell noch nicht, stattfand. Gut, also starker Aufwärtsmove, Seitwärtskonsolidierung, gerade mal bis zum 38er Fibonacci Level, das ist völlig normal, könnte auch bis zum 50er oder 61er gehen, aber hier am 38er schon aufgedreht, sehr gut. Jetzt sollte der Preis aber eben tunlichst nicht signifikant nochmal unter das Level hier von 1.308, 1.307 fallen. Wenn das passiert, müsste man hier nochmal einen Touchdown der unteren Trendlinie einkalkulieren oder aber einen Test des 61er Levels. Vielmehr, Sie sehen es ja hier am blauen Tendenzfall, sollte der Goldpreis nach diesem jetzt dann tatsächlich erfolgten Touch dieser Trendlinie, diesem Rücklauf relativ frühzeitig wieder aufdrehen, um sozusagen den nächsten Aufwärtsimpuls zu starten. Und auch hier können wir uns zum Beispiel den Fibonacci Levels bedienen, einfach, dass wir die kürzere Wegstrecke jetzt mal in sozusagen Beschau nehmen. Und da fällt auch auf, hier auf Tagesbasis, sehr, sehr interessant, haben wir hier wieder am 38er Level eine untergeordnete Unterstützungszone. Ja, auch hier dann, wenn man sogar hier in den Juli reingeht, als Widerstand sogar schon definierbar herrlich. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Situation, die wir hier gerade vorsehen oder vorfinden. Und ja, machen wir mal den Fall ein Stück weit aktueller. Soll heißen, der Goldpreis meinetwegen noch einen kleinen Dip nach unten. Hier am 38er Level nochmal ein Stück weit, der muss gar nicht viel, viel tiefer gehen. Und dann aber hier gegebenenfalls den Ausbruch zu starten. Pullback beispielsweise auch an diese dann gebrochene Trendlinie und dann ab die Luzi auf neue Hochs. Sieht ganz gut aus. Warum? Weil wir auch hier eine bullische Saisonalität haben. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Anfang September ist schon vorüber, aber Sie sehen, dass wir hier bis zum Ende des Dezember, sag ich schon, bis zum Ende des Septembers hier einen bullischen Bias haben, der hier deutlichen Rückenwind verleiht. Und insofern hier das Ausbruch-Setup eben auch von der Saisonalität getragen wird. Und das spricht im Prinzip für einen Ausbruch beim Goldpreis. Der heutige Tag, sollte man auch mal so auf der Pfanne haben, leicht bullisch im Overall-Frew. Und da reden wir über die letzten 17 Jahre, haben wir sogar 58% positive Schlusspreise. Heute aktuell leicht negativ der Goldpreis. 4,84 Dollar bislang gelaufen. Im Schnitt haben wir hier aber 14, 15 Dollar zu erwarten. Das heißt, die Kerze, Sie sehen es ja heute selber, ist hier sehr, sehr klein. Also entweder gibt es wirklich nochmal eine Black Candle nach unten oder aber der Markt dreht hier schon bereits auf. Und wie gesagt, die Chancen, dass das recht bald passiert, denke ich, sind groß. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Saisonalität eben durchaus bullisch ist. Gut, das mal das Ideal-Setup. Für den Fall, dass es eben doch tiefer geht, muss man hier einfach mal Plan B einkalkulieren. Das würde dann entsprechend so aussehen. Den Goldpreis sehe ich weiter bullisch. Also ich denke, früher oder später wird diese Trendkanal-Situation aufgelöst. Und richtig negativ wäre es natürlich, wenn wir hier deutlicher unter das 61er-Level, unter diese breite Unterstützungszone fallen und aus dem Trendkanal nach unten rausbrechen. Ja, also das wäre natürlich hier eine Situation, die ich jetzt mal... Ah, da haben wir ja auch schon den grauen Pfeil von damals. Hier mal sozusagen skizziere. Das wäre dann praktisch das negativste Szenario. Mal ein grauer Pfeil. Dann machen wir das weg. Und da sehen wir im Prinzip hier den Alternativplan. Und damit muss man einfach rechnen, wenn der Goldpreis gerade das letzte Tief hier rausnimmt, dann wäre es schon so, dass man davon ausgehen darf, dass der Preis dann eine kleine größere Korrektur fährt. Deswegen Stop-Setzung wo? Sie sehen, die gestriche Linie dient hier als Spike. Aber wenn es eben neues Tief gibt unterhalb dessen hier von Anfang September, dann wäre die Gefahr groß, dass wir durchaus noch tiefer gehen könnten. Und insofern rein technisch würde sich der Stop am letzten Local Low anbieten oder aggressiver und auch das bietet natürlich bessere Chance-Risiko-Verhältnisse unter dem 61er-Level und unter dieser Power-Candle. Sie sehen hier diese Kerze vom 06.09. Diese hat hier ein Movement nach oben entwickelt. Das war auch da, wo der US-Dollar dermaßen eingebrochen ist, weil die Wirtschaftsdaten so schlecht waren. Hat es hier den Goldpreis nach oben gehoben. Und da sind natürlich viele Käufer rein in den Markt. Und genau diese Candle, wenn denn relativiert werden würde, sind alle, die hier long rein sind, sicherlich schon wieder raus beziehungsweise haben ihren Stopp relativ eng hier unten liegen. Und so eine Power-Candle sollte keinesfalls relativiert werden, eben durch ein neues Tief, durch einen Durchbruch nach unten. Und insofern wäre auch hier sozusagen der aggressivere Stopp durchaus angebracht und durchaus auch empfehlenswert, um sich eben hier am Markt sozusagen ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erkaufen. Was wir auch hier mal kurz diskutieren können. Theoretisch, wenn man hier am 38er versucht reinzukommen, hätte man dann hier ein Risiko, ich sage mal rund 1%, 13 Dollar. Das ist ungefähr die Tagesrange, das darf man nicht vergessen. Das ist ein Stück weit spekulativ. Ich sagte ja vorhin, 13, 14 Dollar bewegt sich der Goldpreis am Tag. Und eben hier 13, 16 Dollar, rund 1% wäre das Risiko. Aber wenn der sich eben dann hier aufmacht am 38er Level, bis zum letzten Hoch allein, dann haben wir hier einen CAV von 3. Also hier knapp 3,1%, knapp 41 Dollar sind hier auf der Nordseite zu holen. Das ist perfekt. Von dem natürlich mal ganz abgesehen, dass wenn der Goldpreis dann praktisch ein neues Verlaufshoch macht, dann hier natürlich noch eine ganz andere Fahrstrecke nach oben hat. Ich will nur sagen, das Setup sieht ganz interessant aus. Natürlich keine Handelsempfehlungen, das wissen Sie. Hier geht es um Informationen, Möglichkeiten, charttechnische Auswertung, was einer daraus macht und vor allen Dingen bei welchem Broker er das macht. Das ist jedem selbst überlassen. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, testen Sie uns. Testen Sie auch unsere Gebührenstruktur. Denn wir haben hier bei JFD Brokers eine Attacke gestartet, die hier in Sachen Commission ihresgleichen sucht. Wir haben hier, und das können Sie natürlich dann auch gern, wenn Sie sich bei uns im Newsletter registrieren, praktisch jederzeit abfragen. Denn nämlich hier, die Gebühren sind massiv gesenkt worden. Und das eben im Forex- und CFD-Bereich. Und wir reden hier über erhebliche Reduzierungen. Und das bringt natürlich einen Vorteil, nämlich die geringeren Handelskosten für Sie und eh die perfekte Ausführung aufgrund dessen, dass wir hier keine Spielereien machen, sondern Ihre Orders direkt an den Markt weiter routen. Gut, dann soll es das auch schon für diesen Freitag gewesen sein, meine lieben Zuschauer. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein sonniges, schönes Wochenende. Eine gute Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wieder hören sehen. Vergessen Sie nicht, und das werden wir auch heute nochmal kommunizieren, nächste Woche die IB Days, Investment & Business Days, von Michael Vogt ausgerichtet. Dort werden wir auch am Start sein, übrigens auch per Live-Trading-Day am Mittwoch. Können Sie wie bei Livestream original beleuchten, uns über die Schulter schauen, beziehungsweise auch wieder diverse Vorträge genießen. Also es bleibt spannend, wird nächste Woche spannend. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende nochmals. Kann man gar nicht oft genug wünschen. Und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss. Wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende nochmals.